Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In Ruderatshofen hat es heute in einer Biogasanlage eine Explosion gegeben. Mindestens drei Personen wurden verletzt, gleich mehr dazu. Außerdem sehen Sie diese Themen in unserer Mittwochs-Ausgabe. Festbier mal zwei, so schmecken die extra kreierten Biersorten für die Allgäuer Festwoche 2010. Ungewöhnliche Perspektiven, wie ein Panorama-Bildband, das Allgäu mit anderen Augen sieht und gemeinsam stark, wie es klingt, wenn Spieler und Fans sich gemeinsam für die neue Eishockey-Saison einsingen. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Innovation statt Revolution, so hat Kemptens Oberbürgermeister das Motto der Allgäuer Festwoche bezeichnet. Die beginnt bekanntlich am Wochenende. In Sachen Festzelt ist aber Innovation und Revolution gleichzeitig zu spüren. Nach 60 Jahren wird dort nämlich erstmals nicht das Bier des Allgäuer Brauhauses ausgeschenkt. Nachdem das Zelt erstmals nicht mehr von der Brauerei, sondern von den Festwirten selbst betrieben wird, fließt dort der Gerstensaft der beiden Rittenberger Brauereien Zöttler und Engelbräu. Gestern war im Hotel Sonnenhang in Kempten die traditionelle Festbierprobe. Sebastian Zausch und Martin Hock waren für uns dort. Es ist angezapft. Zeitgleich schlugen die beiden Brauereichefs den Hahn ins Bierfass. Die Zöttler Brauerei hat ein süffiges Festbier kreiert. Engelbräu sorgt fürs Festbierradler. Ja gut, ich meine, beide Rittenberger Brauereien haben sich selbstverständlich bemüht, nachdem sie erstmals auf der Allgäuer Festwoche im Festzelt das Bier rausschenken dürfen, ein qualitativ hochwertiges Festbier reinzubrauen mit mindestens Stammwürzegehalt von 13,5, was einem Alkoholfolumenprozente von ca. 5,6% entspricht. Und wir haben das rechtzeitig eingebraut, nachdem wir schon gewusst haben, dass wir im November den Zuschlag bekommen haben. Und haben das natürlich dann auch mit unserem guten Gründenwasser und mit der Limonade gemischt, sodass wir ein schmackhaftes Festbierradler zum Ausschank bringen. Wir haben vor acht Wochen angefangen, es einzubrauen und dann musste es ja dann noch fünf bis sechs Wochen lagern. Und jetzt kommt es frisch aus dem Tank und haben wir abgefüllt, jetzt extra fürs Holzfass, für den Anstich heute. Ja und nächste Woche dann geht es los, oder Ende der Woche. Als erste probieren durften gestern bei der Festbeprobe im Kempten Hotel Sonnenhang vor allem Stadträte und andere Vertreter des öffentlichen Lebens und natürlich die Rettenberger Bierkönigin Katrin III. Es ist eine große Ehre, dass man auch dieses Mal auf der Festwoche sein darf und dass man eben das Bier von beiden Brauereien so weit in die Welt tragen wird, dass es eben auch auf der Festwoche gibt. Und es ist echt toll für mich, dass ich dann dieses Mal Bierkönigin sein darf und eben auch beide Brauereien zu vertreten darf. Aber wie schmeckt es jetzt, das Festbier? Also es schmeckt etwas stärker, sehr vom Alkoholgehalt, aber es schmeckt immer nur für eine Frau sehr süßlich. Weil ich bin auch sonst nicht so einer, der sehr bitter macht. Man kann es immer noch super trinken und es ist nicht zu stark. Also dieses Bier ist das Beste, was das Oberallgäuer der Stadt Kempten zur Allgäuer Festwoche zur Verfügung stellen kann. Also mir schmeckt es richtig gut. Es ist süffig, es ist nicht ganz so würzig wie in den Vorjahren, aber ich glaube, man kann es richtig gut trinken. Wunderbar. Ich denke, dass es auch den Leuten gut schmeckt und ich würde sagen, auf eine gute Allgäuer Festwoche. Süffig, ich kann es nur empfehlen. Es ist ein Bier, wie ein Festbier gebraut werden soll. Und deswegen freue ich mich schon auf die Allgäuer Festwoche 2010. Ich habe erst mal das Radler vom Fass probiert, bin angenehm überrascht. Das kann man trinken, also man muss nicht unbedingt Bier, aber beides zusammen macht die richtige Mischung auf der Festwoche. Es ist sehr süffig, hat eine schöne Farbe, es trinkt sich sehr gut, aber endgültig beurteilen kann man es auch morgen früh. Dann wissen wir, ob es auch gut verträglich ist, aber ich habe eigentlich bei Zöttler Bier keinen Zweifel. Keinen Zweifel ließ auch Festwirt Hans Schmid daran, mit den beiden Rettenberger Brauereien die richtige Wahl getroffen zu haben. Die Vertragsverhandlungen mit den beiden Familienunternehmen hätten sich sehr gut gestaltet, sagte er in seiner Rede. Offenbar besser als beim alten Partner, der ja zu einem Konzern gehört. Mehr wollte er vor unserer Kamera nicht dazu sagen, vielmehr warb er für das komplett neu gestaltete Festzelt. Ja, im neuen Festzelt erwartet uns natürlich einiges. Da werden also manche ganz große Augen machen und staunen, was man alles aus einem Festzelt machen kann. Unsere Frau Christine Holthaus, unsere Innenarchitektin, hat uns also die Vorgaben, die wir ihr gegeben haben, dass das Allgäu sich wieder im Zelt spiegeln soll, ganz toll erfüllt. Und ich kann nur sagen, lassen Sie sich überraschen. Es ist bombastisch. Es ist sowas von spitze. Ich habe es also selber nicht für möglich gehalten. Und bei all den Überraschungen steht wohl eines fest. Das Festbier wird im neuen Zelt sicherlich in Strömen fließen. Und wenn Sie mit dem Bier anstoßen, dann kommen Sie doch auch einmal an der Bühne im Stadtpark vorbei. Denn RSA, der Allgäu-Sender und TV Allgäu-Nachrichten werden dort gemeinsam Programm machen. Von Donnerstag, den 19. bis Sonntag, den 22. August steht das Programm unter dem Motto Allgäu-Gipfel. Erstmalig sind wir dieses Jahr mit unseren Teams von TV Allgäu-Nachrichten auch auf der Bühne im Stadtpark vertreten, wo wir zusammen mit den Kollegen von RSA, der Allgäu-Sender, ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt haben. Sie haben somit die Möglichkeit, auch mal die Teams und die Mitarbeiter hinter den Kulissen, auf der Festwoche, auf der Bühne im Stadtpark persönlich einmal kennenzulernen. Vier Tage lang werden RSA, der Allgäu-Sender und TV Allgäu gemeinsam die Bühne am Stadtpark mit verschiedenen Themen bunt gestalten. Wir werden uns zum Beispiel unterhalten, diskutieren und austauschen zur Wirtschaft, Freizeit, Kultur, Tag der Vereine. Also es wird wirklich bunt gemischt sein und für jeden etwas dabei. Und auch die Zuschauer und Zuhörer unserer Medien sind aufgefordert, mitzumachen. Und zwar am Donnerstag gibt es die Wahl zum Festwochentrachtenpaar. Jeder kann mitmachen. Einzige Voraussetzung, Frau muss im Dirndl und der Mann in der Lederhosen bei uns um 15 Uhr an der Bühne stehen. Dann gibt es eine kurze Vorauswahl und dann muss man sich noch in der einen oder anderen Disziplin behaupten. Und danach gibt es natürlich auch schöne Preise, unter anderem für die Damen Blumen und noch die ein oder andere Überraschung. Also einfach vorbeischauen. Vier Tage lang, jeweils von 10 bis 17 Uhr, gibt es wirklich bunte, informative, unterhaltsame Themen bei uns an der Bühne am Stadtpark. Natürlich wird die Allgäuer Festwoche auch im täglichen Programm Ihres Heimatfernsehens stattfinden. Wir werden täglich die Ereignisse des Festwochentages und des Bühnenprogramms zusammenfassen. Was kommt Ihnen außer der Festwoche in den Sinn, wenn Sie an das Allgäu denken? Wahrscheinlich Kühe, die auf grünen Wiesen grasen, eine Alpenlandschaft oder Touristen, die Urlaub machen. Der Fotograf Andreas Ellinger hat das Allgäu einmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Die Bilder sind jetzt in seinem Bildband Zeitloses Allgäu zu sehen. Markus Eckert und Julian Küpper haben den Fotografen getroffen. Am liebsten fotografiert er in der Natur, denn da gibt es die schönsten Motive, so Andreas Ellinger. Dafür ist der Kemptener Fotograf quer durch die Region gefahren, um Land und Leute abzulichten. Daraus ist jetzt ein Panoramabildband vom Allgäu entstanden. Ja, also die Idee war einfach, dass wir sagen, wir bringen ein Buch mit, ich sage jetzt mal, etwas ungewöhnlichen Perspektiven aus dem Allgäu. Also nicht das klassische Bild von Schloss Neuschwanstein, wie schon sehr oft fotografiert wurde, sondern die Idee war wirklich, das Allgäu mal auf eine etwas andere Sichtweise darzustellen, vielleicht um die Leute auch dazu animieren, das Allgäu mal neu anzuschauen. Ellinger war es wichtig, nicht die klassischen Bilder der Ferienregion zu fotografieren, sondern ungewohnte Perspektiven. So sind in dem Buch zum Beispiel Schattenspiele im Ostallgäu, Kempten bei Nacht, die Geraster Wasserfälle, Gewitterstimmung oder ein einsames Paddelboot am Geißalpsee zu sehen. Gut ein Jahr dauerte es, um die passenden Bilder im Kasten zu haben. Meistens hat das Wetter mitgespielt. Also es gibt sicherlich Bilder, wo der Aufwand jetzt nicht so groß war, wie jetzt zum Beispiel das Bild von den Alphornbläsern, die dort auf der Wiese liegen. Die lagen einfach dort rum, Fotoaufwand ungefähr drei Minuten, bis ich einen optimalen Ausschnitt hatte, eine leichte Aktion. Das Gegenbeispiel ist jetzt zum Beispiel das Bild von dem Ruderboot am Geißalpsee oben. Da hatte ich eigentlich die Bildidee, den Geißalpsee zu fotografieren bei Sonnenuntergang und bei ein bisschen so einem Wetter, wo einfach die Sonne durch die Wolken durchbricht. Das erste Mal, als ich hochgelaufen bin zum Geißalpsee, bin ich bis auf zwei Drittel Höhe gekommen und bin dann total klatschnass geworden. Hinter seinem Bildband verbirgt sich aber noch viel mehr. Damit das Buch nicht gleich im Regal verschwindet, hat der 44-jährige Allgäuer eben nicht nur eine Sammlung seiner Fotografien zusammengestellt. Also der Kalender entstand eigentlich aus dem Gedanken heraus, viele Bildbände nimmt man ein, zwei Mal in die Hand, blättert die durch, findet die Bilder unter Umständen ganz schön. Aber das ist es dann eigentlich schon. Danach verschwindet das gute Stück im Regal und das fand man eigentlich schade. Und mit so einem immerwährenden Kalender, daher auch der Name Zeitloses Allgäu, kann man halt seine Geburtstage eintragen, Erinnerungstage, Hochzeitstage, die man ja auch immer ganz gern vergisst und blättert somit immer wieder öfters mal durch diesen Kalender durch. Und es sollen noch weitere Bücher folgen. So arbeitet Andreas Ellinger derzeit an einem Buch, in dem er unbekannte Regionen in den Bergen entdecken möchte. In gut einem Jahr soll auch das dann veröffentlicht werden. Nähere Informationen zu Andreas Ellinger erhalten Sie im Internet unter www.zeitloses-allgäu.de Und gleich mehr Informationen zu der Explosion heute in der Biogasanlage in Ruderatshofen. Die Verpuffung war so groß, dass zwei Arbeiter durch die Luft geschleudert wurden. Alles, was für Bayern wichtig ist, zeigt TV Bayern Live. Das neue TV-Magazin mit Themen aus allen bayerischen Regionen und aus der Landeshauptstadt. Politik, Kultur, Brauchtum, Wirtschaft, Sport und natürlich viel Prominenz. TV Bayern Live in 60 Minuten aktuell informiert und gut unterhalten. Ihr bayerisches Fernsehprogramm. TV Bayern Live immer sonntags von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr auf RTL. Mitmachen, mitsammeln und mit dem Allgäuer Brauhaus bewegende Preise gewinnen bei der großen Sommeraktion. Einfach Aktionskronenkorken sammeln und superstarke Sommerpreise abräumen. Hauptgewinn ist ein Suzuki Jeep. Weitere Infos ab sofort im Getränkehandel und unter allgäuer-brauhaus.de. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. BayWa Baustoffe. Ihr kompetenter Partner berät Sie bei Neubau und Modernisierung. Baustoffe und Bauwerkzeuge namhafter Hersteller in Profi-Qualität. Vom Keller bis zum Dach. Ob Innenausbau oder Gartengestaltung. Alles aus einer Hand. Wir liefern direkt an Ihre Baustelle. Mit Kompetenz und Top-Qualität immer gut beraten. BayWa Baustoffe. Zehnmal im Allgäu. Radl-Stadl-Dicken-Reishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl-Stadl-Dicken-Reishausen. A7 Ausfahrt Memmingen. Das Bergerlebnis der anderen Art. Die Erzgruben-Erlebniswelt am Gründen in Burgberg. Tauchen Sie ein in die Welt der Knappen. Für jeden das passende Rad. Radl-Stadl. Dicken-Reishauten. Radl-Stadl.de. Die Bio-Sept-Wundbehandlung unterstützt den natürlichen Heilungsprozess von schwerheilenden und diabetischen Wunden. Anwendbar auch bei empfindlicher Haut und Schleimhaut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Liaison aus Kultur und Natur. Der Oberstdorfer Musiksommer. Vom 30. Juli bis 19. August. Die Meldungen des Tages. In Ruderatshofen ist heute Mittag eine Biogasanlage explodiert. Auf den ersten Blick sieht es harmlos aus. Doch die Explosion, die es in der Biogasanlage gegeben hat, muss wohl heftig gewesen sein. Durch die starke Druckwelle sind die Schäden immens. So ist nach der Explosion die Betondecke angehoben worden und teilweise gerissen. Ein Ziegedach wurde beschädigt und mehrere Firmenfahrzeuge demoliert. Sie wurden zum Teil durch die Druckwelle angehoben. Im Rahmen von Wartungsarbeiten an einer noch nicht fertiggestellten Biogasanlage außerhalb der Ortschaft Ruderatshofen, die genaue Örtlichkeit befindet sich zwischen Ruderatshofen und Ebenhofen, kam es im Rahmen dieser sogenannten Wartungsarbeiten zu einer Verpuffung. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte sah die Lage so aus. Wir hatten drei verletzte Personen. Primär mussten wir sofort die Personen erst versorgen, anschließend dann gleich den ganzen Bereich absperren, da es eine große explosionsgefährdete Zone war. Und dann galt es natürlich festzustellen, wie hoch ist die Konzentration und wie gehen wir weiter vor. Damit die Konzentration relativ gering gehalten wird, hat die Feuerwehr zur Erstbekämpfung B und Entlüftungsgeräte eingesetzt. Insgesamt waren 102 Rettungskräfte sowie die Polizei aus Magdoberdorf und Kempten im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber musste eine schwer verletzte Person in die Unfallklinik nach Murnau fliegen. Die anderen Verletzten wurden mit einem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Über den Schaden an der Biogasanlage gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Kriminalpolizei Kempten übernommen. Ursache für die Massenerkrankungen in einem Jugendzeltlager in Hopfen am See waren Noroviren. Das haben die Laboruntersuchungen des Ostagäuer Gesundheitsamtes jetzt ergeben. Von der Epidemie waren, wie berichtet, insgesamt 52 Teilnehmer betroffen. Die letzten vier von ihnen sowie eine Betreuerin konnten gestern das Krankenhaus wieder verlassen und nach Hause gefahren werden. Auch die anderen seien auf dem Weg der Besserung, heißt es. Noroviren zählen zu den häufigsten Erregern infektiöser Magendarmerkrankungen. Schon eine kleine Menge der äußerst resistenten und weltweit verbreiteten Viren reicht für eine Infektion. Der Zeltplatz in Hopfen am See wird jetzt von einer Fachfirma desinfiziert. Wanderer haben bei Oberstaufen eine Panzerfaust-Kopfgranate gefunden. Die Waffe war noch scharf und lag ohne Abzugsbügel zwischen den Steinen. Eine Gefahr sei von ihr nicht ausgegangen, so die Polizei. Spezialisten transportierten die Granate ab und entschärften sie. Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim wird ab Montag ihr neues Hauptgebäude am St. Josefskirchplatz in Memmingen beziehen. Bei der heutigen Vorstellung der Räumlichkeiten betonte der Vorstandsvorsitzende Thomas Munding die kundenfreundliche Gestaltung sowie die moderne, energieeffiziente Bauweise des neuen Gebäudes. Weiter, so Munding, sei nur ein Neubau in Frage gekommen. Eine Renovierung des alten Gebäudetraktes sei nicht möglich gewesen. Wir hatten ein Gebäude mit unterschiedlichen Höhen, das noch sehr stark auch mit tragenden Wänden in den Büros getragen wurde. Wir hatten nicht die Möglichkeit, das Thema Betonkernaktivierung zum Heizen und zum Kühlen anzugehen, moderne Büroformen zu realisieren. Und das waren letztendlich die entscheidenden Kriterien, ein neues, sehr flexibles, nach ökologischen Gesichtspunkten modernes Gebäude zu realisieren. Und das kann man eben nur, wenn man neu baut. Insgesamt hat dieser Teil der Sparkassenhauptstelle rund 15,5 Millionen Euro gekostet. In den kommenden Monaten steht nun die Renovierung des Altbaus an. Offiziell vorgestellt werden soll die Hauptstelle dann nach Abschluss aller Arbeiten im Frühjahr des kommenden Jahres. Insgesamt werden hier künftig 330 Sparkassenmitarbeiter tätig sein. In Wasserburg am Bodensee hat die Polizei jetzt einen Serien-Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei erst heute mitteilt, war der 43-Jährige bereits am letzten Donnerstag ins Wasserburger Rathaus eingestiegen. Ein Nachbar hatte verdächtige Geräusche gehört und die Polizei verständigt. Die nahm den Mann noch vor Ort fest. In seiner Vernehmung gestand der Mann dann noch weitere Einbrüche in Österreich, bei denen er insgesamt 14.000 Euro erbeutet hatte. Sichergestellt werden konnten davon bislang nur 7.000 Euro. Vor der morgigen Heimpremiere des FC Memmingen in der Regionalliga weist der Verein nochmal auf die neuen Sicherheitsbestimmungen hin. So sind laut DFB-Richtlinien unter anderem Personenkontrollen vorgeschrieben. Gefährliche Gegenstände wie Regenschirme mit Spitzen, Glasflaschen oder Fahnenstangen über einen Meter Länge sind verboten. Für den Punktspielbetrieb wird dieser Gästeblock nur diesen Gästen vorbehalten sein. Auch wenn es nur 10 oder 20 Fans sind, wird eine Tribüne mit knapp 1.000 Menschen gesperrt sein. Aber das sind nun mal diese Auflagen, die sehr umstritten sind in der Regionalliga, wo wir uns jetzt auch zwei Jahre verweigert haben. Und es soll ja eine Reform kommen und die ist auch bitte notwendig. Morgen Abend empfängt der FC Memmingen den letztjährigen Regionalliga-Meister aus Nürnberg. Anstoß ist um 19.30 Uhr. Soweit unsere Meldungen vom 11. August und wir werfen jetzt einen Blick auf die Wetteraussichten. Top Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. In der Nacht zum Donnerstag kommen vereinzelte Regenschauer ins Allgäu. Die Werte liegen bei rund 17 Grad. Am Donnerstagvormittag kühlt es ein wenig ab, es bleibt regnerisch. Der Nachmittag bringt dann erst die kräftige Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 21 Grad im Oberallgäu und bis zu 23 Grad am Bodensee. Auch am Freitag bleibt es vorerst wechselhaft. Lediglich im Unterallgäu ist es trocken. Hin und wieder zeigt sich dennoch einmal die Sonne. Das Wochenende startet mit Regenschauer und sonnigen Abschnitten. Das Quecksilber steigt auf über 20 Grad an. Nass, trüb und keine Sonnenstrahlen. So sind die Aussichten für den Sonntag. Dennoch klettert das Quecksilber auf bis zu 20 Grad. Die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison geht für den ESVK in die entscheidende Phase. Gestern war das erste Eistraining, bei dem sich der Kader für die neue Spielzeit traditionell dem Publikum präsentiert. Eine Besonderheit gab es diesmal. Team und Fans haben gemeinsam ein Lied eingespielt, das künftig bei Spielen laufen soll. Steffen Konrad und Manfred Fiener waren beim Training und bei den Tonaufnahmen mit dabei. Gemeinsam stark, so lautet der Titel, den gestern die Spieler und ausgewählte Fans des ESVK gemeinsam gesungen haben. Das Lied soll während den kommenden Jokerspielen den Zusammenhalt von Team und Zuschauern stärken. Für die meisten Fans, die gestern da waren, war aber eins viel entscheidender. Wie sieht das Gesicht der Jokers in der neuen Spielzeit aus? Nach einigen prominenten Abgängen konnten gestern auch ein paar hochkarätige Neuverpflichtungen präsentiert werden. So wurde mit Stefan Feist zum Beispiel ein Torhüter mit DEL-Erfahrung verpflichtet. Die persönlichen Ziele sehen so aus, dass sie natürlich jedes Spiel gut halten möchte, der Mannschaft weiterhelfen möchte. Und natürlich, dass wir dadurch dann viele Siege holen. Und dann natürlich auch in der Endabrechnung wäre am besten der Playoffplatz. Also, es ist klar, glaube ich, nicht das primäre Ziel von der Mannschaft, die Playoffs zu erreichen. Aber mit etwas anderem würde mich eigentlich nicht zufrieden geben. Und deswegen will ich schon, dass wir in die Playoffs kommen. Ein Ziel, das so auch der Trainer der Jokert halt. Unser Ziel ist natürlich wieder in den Playoffs, ganz klar. Also, wir haben letztes Jahr das geschafft. Und ich denke, das könnten unsere Minimalziele natürlich auch nicht zum Absteigen, Gott das will. Wir wollten in der zweiten Bundesliga bleiben. Aber, ja, können wir sagen, unser kleines Geheimziel ist wieder Playoffs. Und da schauen wir weiter nachher. Neben dem schon bekannten kanadischen Publikumsliebling Rob McPheeters spielen in der kommenden Saison zwei weitere Landsleute von ihm neu in Kaufbeuren. Die Stürmer Scott Dobbin und Mark Suarez sollen nach Möglichkeit den Abgang von Torjäger Jordan Webb ausgleichen. Trainer Ken Latter hält auf beide große Stücke. Mark Suarez, ich weiß, was er kann. Ich erwarte es genau, was ihr habt da in Kanada mal gesehen. Er ist schnell. Er kann gut schießen. Er ist ein Zweiwegspieler. Und von Scotty Dobbin ist er ein großer Mittelstürmer. Er ist auch schnell. Er kann gut passen. Er kann gut schießen. Und von diesen zwei erwarte ich so Tore, ganz klar. Wir haben Jordan Webb verloren, ein Mann mit 70 Punkten. Ich möchte nicht sagen, es ist schwer, einen zu ersetzen. Aber ich denke, dass die zwei mit Sicherheit eine gute Wahl sind, das zu machen. Mein persönliches Ziel ist natürlich, mein Bestes zu geben. Vielleicht einen Scorer-Punkt im Durchschnitt pro Spiel und auch Tore zu schießen. Das Wichtigste aber ist, dass das Team trifft und wir Siege einfahren. Laut Vereinsführung ist nun die Kaderplanung für die neue Spielzeit abgeschlossen. Und mit den Kufenflitzern aus der vergangenen Spielzeit und den Neuverpflichtungen soll die Kaufbeurer-Sparkassen-Arena zu einer echten Festung werden. Auch wenn so manches Schild im Stadion vielleicht anderes behauptet. Am Wochenende findet Inkaufbeuren mit dem Joker Cup ein international besetztes Vorbereitungsturnier statt. Neben dem ESVK wird auch der deutsche Vizemeister, die Augsburger Panther, zu Gast sein. Weitere Gegner sind das Team der Michigan Tech University und die Black Wings aus Linz. Mehr Sport gibt es gleich. Da allerdings dann ein Training zu einem Rekordversuch. Bis gleich. In jeder Situation klare Sicht mit der Femto Sekundenlasik. Informieren Sie sich jetzt über diese hochpräzise, vollständig lasergesteuerte Augenbehandlung. Denn Sehschärfe ist Lebensqualität. Hallo. Hallo? Das Warten hat ein Ende. Den Alltag hinter sich. Das Schönste im Jahr vor sich. Goibodenvolksfest. Täglich ab dem 12. August bei uns im Programm. Atrum vom Paradies. Mitmachen, mitsammeln und mit dem Allgäuer Brauhaus bewegende Preise gewinnen bei der großen Sommeraktion. Einfach Aktionskronenkorken sammeln und superstarke Sommerpreise abräumen. Hauptgewinn ist ein Suzuki Jeep. Weitere Infos ab sofort im Getränkehandel und unter allgäuer-brauhaus.de. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Familienberg Söller-Eck. Das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Bequem nach oben mit der modernen Söller-Eck-Bahn. Rasante Abfahrten mit dem Söller-Eck-Rodel. Spektakuläre Perspektiven von der Skiflug-Schanze. Wanderspaß auf dem Naturerlebnis-Weg. Wir, da haben wir am Söller-Eck. Mei, wir haben da viel Spaß. Faszination Farbe. Die Sonderschau des Handwerks auf der Allgäuer Festwoche in Halle 7. Es erwarten Sie jede Menge Informationen und Aktionen von und mit den Meisterbetrieben der Maler- und Lackierer-Innung Kempten. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Berghaus Schönblick. Der Treffpunkt für aktive Genießer. Grillfest oder Geburtstagsfeier. Wir sind gerüstet. Familienberg Söller-Eck. Das Freizeiterlebnis in Oberstdorf. Er kann Erfolge in verschiedenen Disziplinen vorweisen. Egal ob Deutscher Meister im Kraft-Dreikampf, Deutscher Meister im Bankdrücken oder einige Weltrekorde. Die Rede ist vom Kraftsportler Dietmar Zindt. Derzeit bereitet er sich auf einen Radrekord vor. Er will nur durch Muskelkraft im Windschatten von einem Auto mit einem Rennrad die 100 Kilometer pro Stunde Marke brechen. Markus Eckert und Manfred Wiener haben Dietmar Zindt mitten in seinen Vorbereitungen getroffen. Es hat zwei Klickpedale, zwei Reifen, einen Lenker und ein umgebautes Kettenritzel. So sieht das fast handelsübliche Rennrad von Dietmar Zindt aus. Dietmar Zindt ist Kraftsportler und will demnächst im Windschatten von einem Auto nur mit reiner Muskelkraft die 100 kmh Marke knacken. Anregungen für den außergewöhnlichen Rekordversuch kamen nicht von ihm selbst, sondern von woanders. Also der Versuch bei Galileo war ja folgender. Das war ein Radprofi, der hinter einem Lkw im Windschatten 100 kmh auf der Ebene draufgebracht hat. Der Unterschied zu mir ist, ist eben der vom Körpergewicht. Dann, dass das Fahrrad, das Material nur minderwertig ist. 400 Euro hat das ganze Fahrrad gekostet. Und eben, ich fahre hinter dem Auto, nicht hinter dem Lkw, der ist der Windschatten, also viel geringer. Das Problem an der Sache ist das, man bräuchte eine relativ lange Strecke, um das draufzubringen. Darum hole ich ein bisschen Schwung, bis 80 ungefähr, und dann wird der Rest hochgetappt mit reiner Kraft. Damit er genug Schwung für die gewünschte Geschwindigkeit bekommt, laufen derzeit die Vorbereitungen bei dem 33-Jährigen auf Hochtouren. Da der Sonthofner Kraftsportler ist, trainiert er nur die Maximalkraft. Speziell für diesen Rennradrekord sind es verschiedene Bereiche, die trainiert werden müssen. So stehen beispielsweise Kniebeugen, Beinpresse und Spinning auf dem Trainingsprogramm im Fitnessstudio. Speziell darauf trainiert habe ich im Endeffekt seit zehn Wochen. So lange trainiere ich auf einer Weltmeisterschaft. Das heißt, man hat ein bestimmtes Niveau und stimmt das dann auf den speziellen Rekord ab. Länger als zehn Wochen kann man da gar nicht, sonst ist man ausgebrannt. Ausgepowert dürfte der Allgäuer wohl auch nach dem letzten Training mit dem Rennrad gewesen sein, wo er immerhin schon 93,8 kmh erreicht hat. Aufgrund der Anstrengung wird er die Geschwindigkeit maximal drei bis fünf Sekunden halten können. Der Rekord soll in gut vier bis sechs Wochen auf der circa 1,5 Kilometer langen Rittenberger Allee in Burgberg stattfinden. Gelingt ihm das, kann er einen weiteren Rekord verbuchen. Zahlreiche Rekorde konnte er allerdings schon in der Vergangenheit fleißig sammeln. Also ich habe eigentlich die Konzentration immer auf den Sport gelegt, auf den reinen Wettkampfsport. Und das war zweifacher Weltmeister, zweifacher Weltcup-Sieger, Weltrekorde im Bankdrücken, im Steinheben und so weiter. Also alles, was mit Kraft eigentlich zu tun hat, habe ich Rekorde gebrochen. Und diese Kraft, diese funktionelle Kraft, also was ja eigentlich ein Kraftsportler auszeichnet, im Unterschied zum Bodybuilder, wo es nur um die Optik geht, möchte ich eben jetzt mit dieser Kraft irgendwelche Rekorde brechen oder irgendwie Darbietungen anstellen. Wenn man seine jetzigen Rekorde begutachtet, dürfte man davon ausgehen, dass bei dem muskelbepackten Mann noch weitere außergewöhnliche Rekordversuche kommen werden. Nähere Informationen zu Dietmar Zind gibt es im Internet unter www.dietmar-zind.de. Und noch der Blick auf die Sendung morgen. Die Allgäu-Walser-Card, die Vorteilskarte für Touristen, zieht Bilanz. Allein seit Anfang des Jahres wurde die Karte fünf Millionen Mal benutzt. Außerdem im Programm, heute Abend ermittelt die königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Kempten per Ausschießen den Festwochenkönig, den Sie dann morgen bei uns kennenlernen. Und ich sage jetzt noch einen schönen Abend für Sie und hoffentlich bis morgen. Das alles ist Allgäu-Strom. Allgäu-Strom, die heimatstarke...